Die hat keinen Granatwerfer, ist ziemlich blöd. Dann flieg ich schon mal dahin. Ah ja. Und die IP nehmen wir, wenn ich brauche. Die ist... So, und ich würde da gerne noch... Äh... R4? Mhhh... Bei Ihnen hier vor, say. Ja, das war die R4, okay. Wo sind wir denn? Hier, ich flieg noch mal dahinten zurück. Ja. Und unsere Uni, dat... Ach, darunter hier an diesem See. Da haben wir doch vorne erst das Info-Denking geholt. Egal. Da musst du noch mal rein und das... Äh... Das soll ja noch ein bisschen nicht... Äh... Aber wir sind irgendwie... Wie hoch... Wie tief und hoch hier das Ganze gelegen ist, ne? So richtig... Ja. So richtig abgegrenzt, weil es so im Berg ist quasi, also so. Ja, ja. In so einer Gebirgskette. So. So, ich springe rein, hol das Ding und dann kommst du rumbleiben. Und dann kriegen wir direkt wieder los. Ach, ich kann's ja gar nicht holen, Kretsch, ey. Hä? Hast du, du hast... Ich kann's ja nicht holen. Weil ich seh's ja nicht, ja. Ah, fuck. Aber doch, hier, warte. Hier steht hier. Ah, perfekt. Äh, Rebellen oder Nachschub? Egal. Wir müssen uns ja eh irgendwie... Einheimsen. Ich... 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 Sollte man jetzt, wer hier oben... Aber hier ist bestimmt wieder voll, oder? Ja... Nö. Okay, dann... Kannst du den sehen? Ich geh mal rum. Also hier auf der Seite ist er nicht. Hier ist ein Rebell. Hier, komm mal ran hier. Ja. So. Komm raus da. Okay, nö. Ist tatsächlich nichts gelb. Ja, perfekt. Operi todo. Oh. Nein, ich fühle ihn nicht versprochen. Ich rede ja schon. Ich rede ja schon. Ich rede ja schon. So, tschüss. Next. Warte mal, ich hole mal eben... Die Dings sind noch hier. Die... 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 Wo ist die Kiste? Ähäh... Hier ist er nicht. Äh? Gehen sie zu den Absturzstellen und zerstören sie die Wache, bevor Santa Blanca sie holt. Okay, keine Ahnung. Guckei 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 Guckel ich liebe es nein nein ich kann es stattdessen raketen so schade jetzt habe ich natürlich kein geschütz das heißt schade eigentlich das war eigentlich vom aussehen exakt dasselbe heli aber ja okay so wir sind da zwei vögel hier zwei flugzeuge heute hier unter was weiter unten ist ja nichts aber ich hätte etwas getroffen jetzt kann ich aber nicht sehen so zeigte ich kollege auch komplett vorbei okay ein heli habe ich also hast den anderen mann ernst also ein glück zu schützen zwei habe ich schon platt gemacht ja ach so du bist schon da oben munition ist aber da ist noch einer reiten noch ja wunderbar dann ging das doch wieder schnell so ist in unserer und jetzt kommt der nächste vorbei so und jetzt fehlen uns noch sowohl zum munitionskisten hier oben gibt sie da finden sie das auto des peruanischen drogen warum das da machen war und sie ist aber schon drei missionen na geht doch auf da also ich bin immer so die auf er geht hier nicht so warte mal ich gehe andersrum der will ja nicht auf und da auch nicht was doch jetzt ja jetzt ja okay ab geht's was fährt der denn für ein auto spannend da ist schon wieder fast zeit für nachtsicht hier ja echt aber das schöne an schnee ist es ist hell ja nicht so dunkel wie das stimmt ja stopp so finden ja jetzt wird es bestimmt ein bisschen actionreicher deswegen kann ich mal ein bisschen außerhalb gut aber noch voraus wenn ihr eine prozent ohne das auch an der luft noch mal rein ja natürlich habe die rebellen gebeten die gegend für uns da oben ist ein sniper und eine matze auch kein scheiß ich habe nichts gemacht das ihre bellen um ablenkung gebeten wir wirklich hat der helikopter uns fast gesehen wir sie gehen ich kann das mal gesehen das ist für blöd nacht sieht dann jetzt kann ich ihn sehen weil er kann mich auch sehen ist alles klar drohne ist hier gestört also wir sollten uns vielleicht nicht drauf gehen okay was faktionsführung so ich muss mal kurz eine knarre ändern weil wir wollen ja nicht aufschliegen richtig dann nehmen wir den ladykiller ernsthaft mörser der hier geholt du? und so leute sind schon da hier ja ich hab mal ich dachte wir uns oh da brauch ich ja nicht aufpassen dann kann ich ja mal drauf brezeln oh wie voll das hier ist ey alter verdammt ich geh wieder raus hab die rebellen gebeten die gegend aufzuklären oh was oh 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 jetzt nicht mehr oh boah stück gehabt hinter dir genau vor dir da kommt noch nein okay dann jetzt auf jeden fall leise ich habe die rebellen gebeten gegeben ich habe jetzt hier mit maschinenpistole hat ein drittes ziel markiert das einer mit maschinenpistolen 15 ich habe hier mit maschinenpistole das jahren kann ich die schon sehen ist ein paar nein leider nicht da ist noch einer was den einst reiber hat den einzelnen habe ich aber alles klar da gibt es auch eine waffenkiste die drohne nach stört ja schade jahre wichser stellen die drohne aber die waffenkiste kommt hier ganz easy so wie es aussieht ok so gehe ich von links nach rechts und kleiner hafen hier aber wenn sie auch nicht so ganz wirklich sein könnte ich schon sehen weisen 2 ist blöd werden die waffenkiste die hütte hier sind 123 vier leute alle im linken haus soll es da hoch gehen hier sind die und dann kann man doch kein erzählen dass wir sind das sind das keine gegner warum sollte er die nicht markieren da komme ich überhaupt in das haus rein hier auch hier wollen wir uns eine mose sagen wenn sie sich lohnen ja eine maschinenpistole jawohl den tötet es nicht das bild ich komme zu die hoch da ist der generator alles klar aber die muss für strom ja aber nicht für die drohne das links der generator aber ich habe die rebellen gebeten die gegend aufzügt ich habe viele verkannten hier da was nein ja was ja was aber gesehen hat mich kann nämlich auch noch nicht wir sind nur gejagt geht das war ich aber nicht ich habe keinen mehr sagen oder von denen der böse anscheinend ich habe mal auf den strom gefeuert und treffe ich den was genau neben mir ja okay weil da scheiße ja ich bin da hast du die drohne gedingt mit mir weil mit der drohne kannst du wieder fliegen dann geht es vielleicht doch mit den strom ja klar ohne strom kann der kinder läuft das ding ja auch nicht aber wir kommen jetzt aber auch ordentlich leute ist wir haben den arsch offen ich bin jetzt aber auch fast drauf was ich gehe gleich da und ja ich bin da wo sie jetzt überall also auf die sind alle hier unten bei zwei gepanzerte sogar schon noch schicken die drohne oder was ja erstmal kurz ich hoffe das ist ein bisschen in der zeit gut zu geben danke perfekt hinter mir ernsthaft ja auch muss ab dem scheiß auto fahr weiter ist nichts passiert nicht gemacht dieses auto das auto ist immer noch nicht da so ist da so manchmal wärme bild ja auch verkündet da und ich habe es geht gut ja so war lange bei mir ist ja anscheinend auch gleich eine und die sehen wir also wie präzise sie doch sind ne granate fliegt hallo bestimmt nicht rein wenn es war so klar es war so klar und vielleicht komme ich ja hier drauf doch darüber da macht was du warum springt er denn nicht springt auch mein spring doch kollege der will nicht springt selbst nur ist nicht scheiß ein paar auch was wo bist du denn hinter dir quasi auf der entfernung ich bin noch hier im haus aber der wäre nicht springen ist gleich mal auf die zeit runter meine güte lauf dicker was machst du den markiert das soll ich den platt machen oder was warte kurz ich bin jetzt warte mal ja mach mal keine ahnung aber ich bin gleich drauf ich bin ich gleich drauf hier ja ich bin da und shit och ne ist so richtig ungünstiger zeitpunkt gerade ja dann dann bringt ich in sicherheit oder was das machen wir heute na also sitzen gottesruf endlich so drohne kommt wo bist du da bist ja einfach nur die richtung so perfekt macht da schon ich bin gleich wieder da und es tut mir leid ich kann ab und so jetzt bin ich fast bei dir was soll das ganze das war echt heftig das war wirklich mal knapp wieder hin so wo ist dieses verdammte auto man ja also muss in der mitte sein irgendwo was 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 ich bin da und das ist nicht dann ernst schießen von fucking allen seiten so auch da kommt eine amt ein gepanterter natürlich auch sein dass er hier drin ist in dem gebäude ist doch nee ich habe es überlebt ich habe jetzt mit nachts sicht durch ja beziehungsweise die wärme bild wort der fuck nein warum es ist so dunkel du kannst gar nicht sehen danke es ist so widerlich nein es ist nicht durch scheiß geburt geht darauf geht ohne datier na klar was und die datt hat mir wohl nicht mehr flugzeug what the fuck ein hoch auf die drohne ne ehrlich danke kommen wir nicht aber durch verstecken sich doch noch ein hinter mir nein jetzt sieht unendet mich was runter holt also der ist weg glaube ich die heli der heli ist weg meine ich so wo ist denn hier dieses verkackte flugzeug so drei stück ausgeschaltet wunderbar so da drüben scheint es irgendwie punkte zu geben kann das sein jetzt scheint es ja auch etwas wir setzen eine markierung zu sein da ist ein fertigkeitspunkt irgendwo hier nicht ja hier oben doch jetzt kann man das gebäude rein munition ist es gut l m 5 stück so bewusst des auto und erstmal nachschub war das jetzt mal mit der drohne ab hier ist eine garage aber keine autos so ich guck mal weiter so hier vorne wäre ja ich guck mal hier unten da kommt sogar schon zug hier steht ein auto wenn der auch das hier sein ach was der zug meine vielleicht schon was wieder draußen doch nicht ist natürlich auch noch und jetzt können natürlich auch irgendwo da sind wir noch gar nicht waren wie vielleicht zum beispiel ok steht ein helikopter wo ist der typ eigentlich da hinten der so weit weg ist das irgendwo versteckt am rand was für ein bug bitte ist das jetzt ich verstehe dieses spiel einfach mal nicht erinnern es ist mir zu hoch es ist mir zu hoch so war das hier ist ein auto pick up santa banca bitten sie das auto des beratlichen drogen bei uns muss ein auffälliges auto sein also kein normales und dann müssen wir in ein auto einsteigen keine ahnung hier nochmal lagos glaube ich nicht ich bin jetzt mit der drohne echt was an einem lang gefahren aber dann ist es vielleicht drinnen irgendwo wo in der garage oder was ich bin auch abgeflogen ich meine allen ok los geht's oder ist es vielleicht ein lkw aber eigentlich auch nicht ich glaube nicht auto vom drogenboss b oder was ist das hier jetzt irgendwo rein oder was das ist alles klar ah ja spieler unter elsch los aber so da würde noch ein stehen hier ist hier ist eine garage ich habe die rebellen gewesen sich nicht aufzuklären tja die frage alle fragen so mann wo ist mein auto schon weiter da unten ja hier geht nix ich habe es wahrscheinlich habe ich nicht habe ich nicht hier steht ein auto aber das ist auch nicht mehr vorbereitet naja aktiviert das nur wenn du dahin ich habe keine ahnung immer gehen wir hier gehen wir hier rein ja hier wo ich jetzt bin hier warte konsol hier ne auch nicht so was ist hier auch nichts nur nachschub 50 so hier sind sie schon gebreit so und hier vielleicht nein es wurde doch sonst eigentlich immer recht flott angezeigt also diese markt die hier ist auto durch ja die geht ja bis hier genau aber genau hier tut sich dann nichts mehr oder es ist einfach mal kaputt gegangen ja weil hier sind ja ein zwei drei arbeitenden sind dann wäre die mission viel geschlagen schluss ja gut stimmt das sind mal vorwärte da oben ey das kann doch nicht sein oder ist das einfach nur wieder ein übel zerback und das auto wurde einfach nicht mit rein gespawnt hier das kann sein hast du das waffenteil schon das waffenteil warte mal da wo du bist ist das ein waffenteil oder was ja äh ne dann wahrscheinlich das noch nicht zu haben was zeigt es mir auch nicht mehr ein ok ein teures auto als geschenk an eine pera eine waffenkiste ist es aber eine maschinenpistole 9 x 19 vs n immer checken was der phase ist auf jeden fall ein teures auto also ich mag keine lkw ok ok ich mag hier ich habe das jetzt nochmal neu nein aber wo markiert er mir das jetzt wo ich hinlaufe war gut dass ich das neu aktiviert habe ehrlich ja hier steht es ach was nein ey hier steht stehlen ach was ach du scheiße ey wo wird aber abhauen lass warte ich wollte ich ab hier ja entscheidend ist das schon halb abgehauen und äh ach du scheiße ja so das müssen wir dann fahren 3,8 km 3 km ja da suchen wir uns da den wolf ab ne ehrlich die halbe nacht so gefühlt weil jetzt geht es schon in die sonne auf hier ne ne neben ja keine abkürzung, das so kaputt geht oder? ja echt ich fahre schon vorsichtig hier genau schön in schrittgeschwindigkeit im flag runter sehr gut und unident vor warum können wir so ein auto und eigentlich nichts wollen dass man das auch sieht ja das ist cool aber wir kriegen nur die nur die billigen sachen ja ehrlich dass die kurven man hier fahren ist sehr geil aber hast du schon was so gut gemacht ja habe ich gut gesehen so ja ich meine ich mache das auto voll das sieht geil aus links somit du bist geil das nicht einstrahl da habe ich gerade ja dann link da auch unter das wasser absolut geil so achtung und die dort sind wir sogar gepanzert ja also so hat mich das gefühl gehabt wenn ich das mal gefahren oder so oder der gegner dann also auch wenn ich aber das kriege auch abkürzen ich versuche doch gut aus das sieht doch gut aus hier obwohl noch voll weit ne ja wir haben wohl die strecke vor uns hier das komplett ohne gegenwehr doch hier kommt wieder so ein paar so wie leute das auto raucht schon so nach 1,9 kilometer ja ich fahr den gleisen hier lang selbst ein zug entgegen kommt so gleich haben wir es geschafft das ist ja unfassbar schön mit schleifchen und allem für die die mit schleifchen wieso das was war dann das gerade war dann meine manche pfeil gedrückt so und jetzt haben wir eine mission noch auf so viel habe ich das gemacht aber die ist wo ach so sie redet gerade die unkosten für santa blanca sind gestiegen und die peruaner sollen die preise für sie senden wir zum helio verstanden bei der ausscheinbar gut das klingt nach einer aufgabe für uns la cabla so markiert mit ihrem peruanischen kontakt treffen wie weit ist es ja warte hier wird gern mit fliegen bedreht alles klar so dann haben wir echt jeden ort jeden einsatz gemacht ehrlich dann haben wir es wenn jo und dann setzt man haken unter unter der haupt story von kurs wie geht hier ja so und stell dir vor es ist hell unfassbar ach ich glaube warte mal ab wenn wir wieder da sind so da unten kleines dörfchen hier ohne der franz natürlich ohne geht ja sieht aus als hätte die party schon angefangen oh gott auf was hinten hier schon sehr viel geld ich leider ein bisschen zu spät steigen boah man kriegt schon direkt auf die fresse ne ja ich hab leider ich treffe nicht warum nicht aber das gute ist wir müssen ja töten deswegen ist der peruanische unterhält ja ich bin dann gar keine chance gab mich verstecken also das war von mir ach so das war das geht wo du bist zahlen ja lad doch nicht nach der scheiß knapp danke granate oder potas so ich muss kurz meine knarre wechseln die nervt mich tierisch jetzt müssen wir die ballern bis der arzt kommt also nehmen wir die ich weiß nicht wie sie heißt die 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 ritmo war lassen die ultimativen die die modi die ultimativen da ist die 45 schüsse dann ist feierabend oder die dominierte jetzt kommt die unität ab ihn aber das war schon geil dann habe ich mir jetzt noch die wachstür da was kann ich den wechseln da muss konnte ich wechseln wo die die psg kann ich wechseln da auf die paris sage die psg so dass noch eine waffenkiste der helikopter geht mit dir schon so gerade naja ja 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 wie gut eine waffenkiste ach so da ist er vor mir hier schrotgebermündung so sehr sehr gut so dann schauen wir uns das ganze mal auf der taktikkarte an tschüss ja la cabla wunderbar alles rot ja leute alles ja cabran ey syvenio wa was macht er denn ja aber ich will mal gucken ob ich jetzt irgendwas ob ich jetzt irgendwas neues habe oder so ja nein bei mir ist wirklich nichts das ist immer noch kein bild und bei in kakamea sehe ich immer noch keine mission ja gut war ja auch alles grau davor ne ist es eine einleitung zu dir gekommen wegen als wenn ihr hier äh warte ich war in der karte ja ist okay weil ich mache bis da oben mache ich auf jeden fall eine blitzreise da gibt es nur ein gebiet was sich lohnt da ach da ich konnte developers ditt 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 und let's my soe new die die die